Und hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge im PvP-Bereich. Hier sind Lavana und... Abo! Ja, und guckt mal wie cool der Abo aussieht. Der hat sich am Montortisch umgewandelt, sozusagen. Ja, sieht cool aus. So, ihr Lieben, wir sind diesmal nicht in der Kaiserstadt. Ihr werdet mal verschont mit der Kaiserstadt. Wir sind direkt in Zyrodyl und stehen gerade am Südtor von Morawind. Ja, und wir legen mal los. Wir gucken mal was los ist. Wir sind in Vivec und wir müssen mal schauen, wie wir das sowieso machen, weil Zyrodyl ist ja ein bisschen schwieriger. Kaiserstadt kann man immer die Folgen so schön abschließen, aber hier müssen wir halt gucken, was los ist. Wenn mal richtig Action ist, wären das denn zwei Folgen, wo wir dann direkt im Anschluss dann weitermachen, oder? Genau so machen wir das. Ja, legen wir los. Auf in den Kampf. Haleprunnen oder Alessia? Alessia, ich weiß nicht, ob da Gelb gerade einnimmt bei Alessia. Also Alessia gehört uns. Ich würde sagen, wir helfen oben bei Anubel, bei Blau oben, wo Blau gerade anfängt. Anubel ist eingenommen. Ja, gehen wir da schnell hin nach Aunebel heißt das. Aunebel? Ja, irgendwie so, da gehen wir hin. So weit waren wir ja noch gar nicht. Hier wird, glaube ich, gerade angegriffen, oder? Also eben wurde angegriffen. Fester Asch wird angegriffen, von hier. Okay. Wir könnten von hier runter nach Fester Asch, oder? Mach mal. Okay, super. Hast du getrunken? Oh nein, ich muss gleich gucken, aber ich bin noch am Laden. Okay, ich warte. So, hier stimmt alles, hier stimmt auch alles. Wobei ich vielleicht den Sturmertonnage noch anders mache. Ich nehme mal die belebende Barriere. Ja, die ist gut hier. Für Zürudel. Ich habe mir die Hände genommen. Ja, ja, die habe ich auch. Die sind super. Immer mal vielleicht auch, wenn deine Ulti voll ist, die Leiste aktivieren. Weil manchmal, wenn du ein Pad drauf hast, deaktiviert sich das Pad. Okay. Okay, los geht's. So. Fester Asch, ist da jetzt überhaupt noch was los, nachdem du fünf Tage in deiner Tasche gekramt hast? Na toll, jetzt wird das nicht mehr. Ach doch, hier unten, doch, da können wir noch hin. So, okay, los geht's. Das ist ein feindlicher Rambach. Ich sehe auch gerade, dass wir oben noch einen Quest drin haben. Und zwar erobert das Castel Bründel. Das können wir ja auch mal irgendwann machen. Okay. Cool, los geht's. Ey, wie bin ich jetzt hinterhergeritten? Na, mir anscheinend nicht. Ne, seht ihr. Ich bin der erst besten hinterhergeritten, der vor meiner Nase war. Seht ihr das, so geht mir das immer. Ich werde immer in den Kämpfen allein gelassen. Ich habe mich gewundert, wieso deine Sendung her hat. Wieso der was hat? Ach so, okay, los geht er. Der Peter, huch. Huch. Und alle so, huch. Ich komm. Ich finde das glitzern von dem Pferd immer noch ziemlich. Ja, das ist echt süß, ne? Oder der macht auch so kleine Klingel, Glöckchen, ähm... Geräusche. Geräusche, ne? Das ist echt süß. Ich mag das hier am Spiel. Bald kommt ein neues Pony, bestimmt. Oh, das ist meins auf jeden Fall. Das ist doch hübschen. Und so ganz dickes Fell. Ja, das haben wir schon gesehen. Also offiziell ist das ja noch nicht. Aber es gibt ja so Data Mining. Und da kann man öfter mal luchsen, ne? Na, wenn man neugierig ist. Weißt du, hat mein Löwe eh gar nicht mehr hängen hier? Na, na, ich habe das auch gerade mit einem Pferd. Ähm, mein Wolf. Also angegriffen wird sie noch. Die waren Stücke, ne? Aber ich glaube... Ah, hier sind Wecke von uns. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Oh, irgendwie kann ich jetzt nicht mehr hochstehen. Ähm. Bei mir läuft es aber noch. Ja, ich meine, ich kann nicht mehr... Oh, ich habe schon wieder den Ulti-Bug. Das gibt es doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Aber wenn ich die Hände anhabe, kann ich oft nicht zu den Schwertern wechseln. Habt ihr gesehen gerade? Na, jetzt hast du ja, oder? Ich habe jetzt die Ulti noch bei mir in der Hand. Und bei dir? Na, Ulti. Ich muss aber zu den Schwertern. Ach, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Alles eingefroren, kann das sein? Nee, nee, da vorne geht's weiter. Bist du eingefroren? Scheint so. Ja, das wird wieder der Surfer sein, denke ich mal. Oh, du stehst rum. Na, leider. Ja, geh mit dem bitte mit. Ich komme dann nach. Also muss ich sagen, ein Rischenzyrtul hier. Oh nein. Ist das so. Ah, viel zu viel gelbe. Schade. Ich glaube, ich lebe noch, aber ich habe jetzt halt was. Ich wollte gerade noch anmerken, dass in den Rischenzyrtul in letzter Zeit wieder der Bug ist, dass man, wenn da ein bisschen mehr los ist, immer rausgeschmissen wird. Ja, das ist natürlich auch doof, ne? So, ich gucke mal so lange. Ich gehe schon mal zu einer Burg, oder? Wir können wieder zu der Unhebelburg umgehen. Oder wir gehen zur Alessia. Geht ein Mordloses. Oder Ahlebrunnen, weil wir da denn erst mal mittig wären. Ich sehe aber gerade, dass hier welche von uns noch sind. Aber ich glaube, die schaffen das nicht. Nee, schade. Wie ich da liege, das ist ja immer genial. Wie denn? Na so voller, wartet mal, ich mache mal ein Foto. Drucktaste war das, glaube ich. So, ein Locken. Ich bin da schon wieder unterwegs. Cool. Also in Kaiserstadt hat man das überhaupt nicht, ne? Nee, da nicht. Aber hier ist das wirklich so, da kämpft man. Und sobald so größere Gruppen sind, dann friert ihr ein. Also, das wie beim Apo gerade. Da bleiben die ganzen Spieler stehen. Und ihr seht euch selber nur noch laufen oder bewegen. Aber hier ist eine Nachtklinge, die belebt mich gerade wieder. Aber guck mal hinter dir, liebe Nachtklinge. Das bringt gar nichts. Oh nein. Oh, ich habe einen getötet. Ich habe einen getötet. Und bin selber wieder tot. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe aber einen getötet. Cool. Oh, lol, ey. Mit den Händen? Nee, mit normalen. Ich hatte nicht mal meine Magika hochgemacht. Ich hatte nicht mal meine Schlinge geriest. Aber die hat mich direkt wiederbelebt gehabt. Und jetzt macht sie das wieder. Aber hier sind noch andere. Ich finde das immer so traurig, wenn man mich wiederbelebt. Und dann sind zu viel noch im Umkreis an Feinde. Dann steh nicht gleich auf. Bleib erst liegen. Ich müsste jetzt direkt dort leben spawnen, oder nicht? Oh Gott. Ich habe die geheilt. Soll ich noch ein Stück mitlaufen? So lange? Ja, mach bitte mit. Zur Not spawnen wir einfach wieder irgendwo zusammen. Aber cool, das war ja genial. Da hatte ich einen getötet. Die haben auch ziemlich hoch gekrittet, Gott sei Dank. Hier können wir jetzt mitkämpfen. Na, hier vorne ist jetzt alles voll rechts. Also ihr Lieben, wenn ihr mal hier das seht, dass es hier ein bisschen hängen bleibt. Das liegt jetzt nicht am PC. Ich durfte eigentlich überhaupt nicht daran liegen. Ähm. Joggig, dass es hier echt, dass das sehr instabil läuft. Aber ich denke mal, ihr kennt das ja. Die ESO-PVPler. Aber natürlich, jetzt habe ich natürlich gar keine Magika. Das lustige ist ja immer, dass wir es immer beheben. Dann geht es eine Weile und dann ist es wieder dran. Na. Oh Gott, das gibt es nicht. Oh nein. Das gibt es nicht. Ich stand voll in den Dots dran, ne? Hm. Hier ist blau auch. Oh Gott. Hier ist auch blau. Okay, Dankeschön. Ich bin gespawnt. Hab mich schon einer gesehen. Ich geb euch mal die Barriere. Ah, du bist da. Ah, die haben mich schon gesehen. Ich muss kämpfen. Wird getötet. Ah, ey. Geht nicht nur dollig. Gleich tot, oder? Nur zu viele. Na, nicht schlimm. Guck dir das mal an hier, bitte. Wie viel blaue hier rummehren. Und ich liege außerhalb des Riesbohren. Hau ich schon da. Ja. Oh, das sind viele. Das gibt es doch gar nicht. Soll ich zu dir reiten oder warten, bis du tot bist? Du musst in eine Borg, oder? Nein, nein. Ich komme ja drauf an, ob du dich da durchhaltet, weil dann würde ich zu euch kommen. Hier kommt noch ganz schön viel blauer. Ne, ich glaube, lange halten wir das hier nicht durch. Ich weiß es nicht. So, komm, 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 komm. Ja. Ja, okay, super. Wir haben uns hier ein bisschen hinter so einem Felsen versteckt. Wir haben noch einige los, also. Oh, genial. Ich glaube, der rausame Tod hat gerade geprockt. Cool. Stehen die? Oh, was ist das? Das gibt es nicht. Komm schon, und? Ja, super. Naja, obwohl grausame Tod lohnt sich immer ein bisschen mehr, wenn größere Gruppen sind. Hier war auch gerade irgendwo einer. So. Cool. Wir waren gar nicht so viel hier hinten. Ah, hier ist einer. Komm schon. Ich reite jetzt direkt querfett ein zu dir. Ja, bis jetzt lebe ich noch, ne? Oh, ich muss meine Magikar ein bisschen in den Zaum halten. Das gibt es ja gar nicht. Du gehst ein Aushalt vielleicht noch hochlegen ohne Platz hast. Na, wisst ihr, was auch gut wäre, wenn man hier die Spieler mehr sehen würde, die eigenen Spieler, ne? Dass alle so ein Symbol über den Kopf haben, das wäre schön. Oder ich kann das einstellen mit. Hat man das nicht mal, dass die Roten auch sowas über den Kopf hatten? Man kann es direkt vom Spiel einstellen, aber auch, das ist dann auch so ein bisschen weit. Oh nein, 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 ich bin tot. Oh, ganz viele Gelbe, das gibt es doch gar nicht. Oh, ey, wo kommen die denn nochmal her? Das sind immer kurz bevor ich bei dir bin. Das gibt es nicht. Das sind bestimmt, ich weiß nicht, 20, 30 Stück. Ein Zelt bei dir? Ein Zelt? Aber eigentlich würde mir das das anzeigen. Ne, ich habe hier kein Zelt. Ich weiß ja nicht, wohin du reitest, aber... Zu dir? Feste Asch, ne? Oh nein, du seht doch dein Symbol. Ich bin gleich da. Ja, ja, ich sehe deins auch das. Kein Zelt, leider keins. Aber bei mir sind gerade derbst viele Gelbe, ne? Die stellen hier gerade auf. Oh, krass. Das ist ein blauer. Nein. Oh nein. Cool. Ja, wegrennt. Aber wisst ihr, auch wenn der Abo da tot rumliegt oder Lockouts hat, der kann sich das ja dann im Video angucken. Ah ja. Ja, ist doch so. Da liegt einfach nur uns. Oh, es wäre schön, wenn unsere Roten jetzt nochmal die Gelben überrennen. Soll ich mal noch einen Moment liegen bleiben? Ja, oder? Na? Genial. Cool. Super. Jetzt kommen auch ein paar von uns nach. Ja, ja, ich sehe das hinten. Das ist schon cool, ne? Aber sehr viele Gelbe hier vorne, ne? Pass mich nicht an. Die sind aber teilweise alle in Ballisten drin, ne? Vielleicht habt ihr Glück. Oh, die Hände machen echt übelst Schaden. Na, na, die sind gut, ne? Achso, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich trage den grausamen Tod, meine ich. Oh, ich sehe dich da hinten. Ich sehe dich, aber schade, dass man nicht ranzoomen kann. Mach vorsichtig. Oh nein. Sind noch andere bei dir? Noch noch, hier gibt es ganz für einige Grüne noch. Ja, jetzt bewegen sich die Gelben in eure Richtung. Aber jetzt sind noch viele von uns. Ah, gut, das ist super. Aber es bewegen sich so, ich denke mal, knapp 14, 15 Mann zu euch. Und hier vorne stehen aber auch nochmal 3, 6, also 10 bis 15 Stück. Da sind echt viele. Ihr müsst jetzt so von vorne nach hinten, äh, von hinten nach vorne aufräumen. Oh cool, tödliche, feindliche Zauberer. Oh je. Also die händen sind ja übelst. Na, na, die sind gut, oder? Wow. Die sind gut. Ich tue mir die jetzt auch anheben, damit ich immer auf den gleichen schieße. Das funktioniert doch schon bitte. Achso, das wollte ich ja auch mal wieder machen. Oh, hier baut einer direkt eine große Balliste neben mir auf. Oh ja, ich sehe euch, ich sehe euch. Oh, hier guckt der hier, ist angeschlagen. Hoin. Vorsichtig. Oh nein, nein, nein. Heilung, 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 Heilung. Oh je. Cool. Aber ich hatte einige Zauberer-Kills jetzt von dir mit reinbekommen, das ist gut. Da vor dir ist eigentlich einer relativ angeschlagen. Hier direkt neben mir ist auch einer, eine andere Balliste. Da ist auch einer Balliste gerade drin. Ich muss hier noch, ich kann mir jetzt nicht mehr ausblicken. Komm mal bitte, wie viel das da vor euch sind, ne? Ja, aber. Oh, der ist auch fast down. Gut, der an der Balliste wurde gerade getötet. Der hat aber gleich drei Leute hier zur Verstärkung gekriegt. Krass. Oh nein. Genial. Das ist in meinem Kampf. Ihr habt zwar gerade so schwarz-blau Bild, aber... Was ist schwarz-blau Bild? Naja, guck mal, das ist doch, denn wenn man tot ist, ist das ja nicht mehr Farbe. Oh, heil dich, heil dich, heil dich. Ich werde geheilt, cool. Heil dich, aber pass auf auf dich. Na, ich heil dir, Herr Bild. Cool. Dankeschön. So, okay, da kann's weitergehen. Wir sind schon ganz schön, ziemlich cool. So ist es jetzt mal wehen. Oh, hier, der... Na komm, oh, ja, gut. Cool. Dein erster Drachenritter, mein erster. Dein erster Drachenritter, cool. Das ist ja eine Premiere. Oh, den hatte ich fast. Oh, Leute, macht den tot da, den tot, den tot, der muss tot. Cool. Du musst jetzt dann schon zusammentreiben. Oh, genial. Oh, manchmal wirkt das aber auch so, ob die hier nur stehen, ne? Jetzt müsstest du doch, wenn die da in der Gruppe stehen. Ja, ich weiß, ich probier's ja schon. Ja, hier ist gut. Komm, komm, meine Fragmentefrag... Oh, was macht... Oh, die Fähigkeiten kommen nicht hinterher, ne? Die kommen nicht hinterher, die Fähigkeiten, leider. Komm schon, der... Oh, tödliche, feindliche Zauberer. Ey, guckt euch das mal an. Das waren wir alles alleine, oder? Ja, danke. Das sind ja alles unsere Pets, die hier sonst noch rumdaufen. Ach, herrje. Hallo, Pets. Ach, da liegt ja noch von unseren Kinderhüften. Ich komm. Cool. Ja, dann hatten wir ja doch ein bisschen Action in die Folge. Sehr schön. Bei jedem, dem man auch hilft? Nein, da ist jemand, der eben auch dann auch helfen kann. Na, genau. Aber... Das sah nicht so aus, dass wir das gewinnen, oder? Nee. Ein bisschen unsere Öti müssten mal aufrufen. Guck mal, die sind hier schon drin, unsere. Siehst du das? Na? Cool. Oh, nein. Oh, was machen die ganzen Gäden hier? Das geht's doch gar nicht. Wo kommen die her? Draußen, vom Walde. Entschuldigung. Oh, das müsste sein. Hast du, hast du, hast du. Ich glaube, meine Magica ist auch da hin, irgendwie. Die Lingo blau ist drin? Na, blau gehört ja die Burg. Ach so, wer ist denn hier gelb? Na, die Feinde. Ach so, die tun, so gesagt, von der anderen Seite, oder was? Na, na. Nein, ich komme gerade nicht weg. Da hin. So. Guck mal, die ganzen Gäden stehen hier, siehst du das? Na, na. Oh Gott, passiert überhaupt was mit den Fähigkeiten? Guck mal bitte, wie viele stehen. Das ist ja echt unglaublich. Ich glaube, wir müssen ein Stück uns nach hinten zurückziehen, oder? Ich bin schon gerade gestoppen, oder? Oh, schade. Was ist denn irgendwie? Ja, wieder mehr zu unseren, ne? Ich komme wieder auf den Gelben. Bestimmt noch 10, 15 Mann da vorm Tor. Ich habe jetzt leider auch keine Ulti-Ready. Also ich kann raus an so einen... Ne? Okay. Und hier sind auch überall Gelbe. Ach, hier kommen auch noch welche von uns, aber ich glaube... Die drängen uns ganz schön zurück. Irgendwie lösen die Fähigkeiten auch ganz schlecht aus, gerade, ne? Man kann leider auch nicht zum Zelt, das packt auch gerade ein bisschen rum. Ich glaube, der hat... Aber, jeder hat hier Probleme, denke ich mal. Okay. Schade. Oh ja, ich gucke nicht, die Punkte. Da sind bestimmt 20 vor der Antor von der Bord. Na. Ach herrje. Das ist die Frage, ob hier von uns überhaupt noch welche sind. Ich höre das von allen Seiten. Oh nein, jetzt bin ich tot. Da vorne wären welche von uns, glaube ich, gewesen. Kommst du ins Feldlager? Ich schaue mal. Ich komme hin, ne? Oh nein, ist gerade weggegangen, wo ich draufklicken wollte. Das zweite? Das zweite sehe ich jetzt nicht. Ich gehe nochmal raus. Huch. Jetzt bin ich aufs Desktop gegangen. Das gibt es da gar nicht. Ähm, nein, ich komme leider auch nicht rein. Ne. Ich komme leider auch nicht rein. Also, nimm mal mehr gelb hier vorne. Siehst du noch ein Zelt? Ne, oder? Das ist krass. Mit den gelben. Echt. Anscheinend sind die roten auf der anderen Seite genau, ne? Na, na. Und zwei Seiten, so gesagt. Schaut, du hast genau ein Zelt ins Feld. Ja. Oder halten wir das Stück? Ne, warte mal, hier kommen jetzt gerade rote runter. Jetzt ist gerade noch ein Zelt gesetzt worden. Echt jetzt? Aber ich bin so weit weg von den Zelt, aber du kannst vielleicht Glück haben. Ich komme nicht rein in das Zelt. Oh mein, hätte der das nicht ein Stück näher setzen können? Ah, liegt genau an der Grenze, oder? Aber wenn die jetzt das einnehmen, aber ich glaube ja nicht. Guck mal bitte, wie viel gelbe hier noch rumschwirren. Also, bevor es mindestens 30 gelbe. Krass. Auf der Mauer auch. Wir müssten dann, ja. Alle Brunnen, ne? Okay. Okay. So. Alle Brunnen, okay. Jetzt ist die Frage, welcher gleich die Zeit rum ist, ob wir jetzt hier erstmal einen Cut machen, und dann die neue? Genau, wir machen jetzt direkt hier in der nächsten Folge weiter. Also, wir freuen euch. Wir freuen euch. Ich wollte sagen, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.